...herzlich willkommen, aber ich weiß gar nicht, was ihr hier braucht in der Zusammenhang bei dem Riesen-Sachen. Also herzlich willkommen zu Sands of Doubt, wieder das Vergessen. Ein Ausstellungsprojekt des Exzellenzclusters, das Sie vielleicht im Regen draußen gesehen haben, im Garten im Metzler Park des Museums. Ich würde Sie aber sehr gerne einladen, die Gelegenheit zu nutzen, wiederzukommen bei besserem Wetter und sich tatsächlich die Ausstellung mal anzuschauen. Ich will Ihnen nicht zu lange vorgeben erhalten. Es gibt ganz viele Materialien, es gibt einen Katalog, es gibt eine Website. Aber nur ganz kurz, unser Forschungsverbund und der ein oder andere hier heute, Selly King, verbunden, hat dieses Projekt in Szene gerufen, um die Meistererzählung der Macht, die wir sie nennen, die herrschenden Narrative im Zweifel zu ziehen, um das aus der Sicht all der Disziplinen, die beteiligt sind in unserem Cluster. Also Politikwissenschaft, Philosophie, Religionswissenschaft, Rechtswissenschaft, die Geschichtswissenschaften, Ethnologie, was habe ich vergessen? Ich glaube, das war es so in etwa. Also aus der Sicht der verschiedenen Disziplinen, sich mit den Werken auf der einen Seite, aber auch mit den Themen, die aufgerufen sind im Rahmen dieser Ausstellung, auseinanderzusetzen. Und wir freuen uns sehr, dass daraus auch ein großes Programm entstanden ist. Und das ist immer mein Appell, bitte bitte betrachten Sie es nicht als Begleitprogramm zu einer Ausstellung, sondern diese Abende, die Diskussionen heute Abend, das sind die Statements unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Das ist ihre Auseinandersetzung mit dem Thema, was man einfach in einem Container, wo Sie so ganz kurze Texte finden werden, genau wie auch in den Katalogen, nicht machen kann. In so einem kurzen App-Stack ist es nicht möglich, aus der Sicht der Disziplinen sich umfassend damit auseinanderzusetzen, bei einer Podiumsdiskussion schon. Insofern darf ich Sie herzlich einladen, sich ein Programm hinzunehmen und zu einer der vielen, in den Containern insgesamt sind 35, zusammen mit Führungen 35 Veranstaltungen, wiederzukommen und sich auch die Filme mal auf sich wirken zu lassen in den einzelnen Containern. Da sind wirklich sehr interessante, aus unserer Sicht, Werke dabei. Für heute Abend freue ich mich sehr, dass im Rahmen dieses Sense of Down-Projektes die Professor Nicole Deitelhoff, Professor Christopher Daasen und der Filmmacher Marcel Seehuber gekommen sind, mit Ihnen zu diskutieren über die Inszenierung von Protest und Widerstand. und wir freuen uns sehr über euren Beitrag und würden uns sehr freuen, wenn Sie in die Diskussion einsteigen. Das ist die Idee des Clusters, bei solchen Formaten in die Stadtgesellschaft zu gehen und mit Ihnen allen in Dialog zu treten und zu diskutieren. Herzlichen Dank fürs Kommen und einen spannenden Abend. Euch vielen Dank. Vielen Dank, Herr Becker. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung. Thema ist die Inszenierung von Widerstand, Kampf und Digitalität. Und bevor wir in die Thematik einsteigen, möchte ich Ihnen ganz kurz die Panelisten vorstellen. Und ich bin Nicole Deitelhoff, sie ist Professorin für internationale Beziehungen und Theorien oder bei einer Ordnungspolitik an der Goethe-Universität hier in Frankfurt, hat in Darmstadt studiert und in Buffalo an der State University of New York, hat in Darmstadt promoviert und hat verschiedene Lehrstiele vertreten in Berlin und in Frankfurt und ist dann auf die Professur gekommen, hier in Frankfurt. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Überzeugungsprozesse in der internationalen Politik. Sie forscht über die Bedeutung von Normen in der internationalen Politik und über Protest und Widerstand. Und in diesem Zuge hat sie sich auch einen Namen in der sogenannten Bewegungsforschung gebracht. Ich zähle jetzt nicht Ihre zahlreiche Publikationen auf, das wollte zu weit führen, aber Sie haben so einen Eindruck, in welche Richtung Ihre Arbeit geht. Zu meiner Rechten sitzt Marcel Seehuber. Er ist Filmemacher und Kameramann, er lebt im Alt-Oetting, wo er auch schon zur Schule gegangen ist. Nach dem Abitur hat er verschiedene Praktika gemacht im Bereich Film, Kamera, Regie und so weiter und hat dann ein Studium aufgenommen bei der Filmakademie in Baden-Württemberg und dort abgeschlossen 2008 mit einem Film, der die Maßnahme heißt und der auch gleich ein First Step Award 2009 gewonnen hat. Vorher hat er schon andere Filme gemacht, Kurzfilme, Drehbuchfilme, Kommentarfilme, die ebenfalls eine Reißerei von Freisland gewonnen haben. Sein letzter Film, der ist interessant für uns und der ist auch der Grund, warum die ihn hier eingeladen haben, der heißt Projekt A und es geht um heutige Formen von Archismus und ein Leben gewissermaßen, ein alternatives Leben oder Leben im Widerstand und darüber haben Sie einen Film gemacht, der sehr interessant ist und über den wir nachher ein bisschen sprechen wollen. Es geht hier in dieser Nachschaltung darum, wie man Alternativen darstellt, wie man Widerstand darstellt, wie sich Widerstand auch selber inszeniert. Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass du gekommen bist. Ich selber bin Christopher Darser, ich bin wie Nicole Professor an der Goethe-Universität und bin Mitglied des Exzellenzclusters, Herausbildung in normativer Ordnung. Ich habe in Hamburg, Freiburg, Berlin und in Hamburg studiert. Ich war Professor in Canterbury, Brüssel und München, bevor ich nach Frankfurt angekommen bin und meine Forschungsstehepunkte sind internationaler Organisation, Sicherheitspolitik und auch Fragen von Herrschaft und Widerstand. Und das sind letztlich die Punkte, die uns verbinden und die auch sinnvoll sind, hier in diesem Rahmen thematisiert zu werden. Also Sie sehen, wir sind keine Kulturwissenschaftler, wir sind auch keine Ernsthistoriker, sondern wir sind auch ein Film und auch ein Praktiker sozusagen und zwei Sozialwissenschaftler. Uns geht es auch nicht so sehr um die E-Fektation dieses einen Filmes, den wir hier betreut haben gewissermaßen in diesem Projekt, dieses Kunstwerk, Luca Remos, von Sebastian Dias Morales, der wirklich sehr interessant ist, den Sie sich anschauen sollten, da ich noch einige von Ihnen gesehen bereits, wo so schematisch ein Protestereignis dargestellt wird, sehr vertrendet wird, sehr interessant. Wir haben aber diesen Film ja als Auftrag gesehen, generell über die Frage von Inszenierung, von Protest nachzudenken und hier zu diskutieren. Uns geht es also um die grundsätzliche Thematik von Darstellung und Inszenierung von Widerstand und Protest und die Frage, wie die Darstellung, dass die gesellschaftliche Wahrnehmung von Protest und Widerstand und wir wollen auch, das hat Rebecca schon gesagt, kein reines Fotiumsgespräch führen, sondern erst vielleicht ein paar Gedanken selber produzieren, dann ist sie ins Gespräch gekommen, dann aber die Diskussion öffnen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Stellen Sie sich also vor, Sie leisten Widerstand und Kalinanz. Das wäre schon ziemlich misslich, denn die Ablehnung oder Bekämpfung einer Ordnung oder eines Sachbehalts, den man für ungerechtfertigt hält oder für falsch hält, hatte nur dann einen politischen Sinn, wenn er wahrgenommen wird. Ich wahrgenommen erstens von dem, gegen den sich dieser Widerstand richtet, gegen den man sich zu wehr setzt und zweitens von dem, die auch möglicherweise unter dieser Ordnung leiden oder sich für falsch halten und die man eventuell zur Nachahmung oder zu gemeinsamen Handeln veranlassen möchte. Widerstand also zumal politischer Widerstand, der sich gegen politische Herrschaft richtet, ist also auf Kommunikation angelegt. Der Widerstand muss in ihm mitgeteilt werden. Und das ist das Entscheidende. Und es gibt uns dabei zwei Ziele. Auf der einen Seite muss erst einmal der Inhalt transportiert werden, eines Widerstandes. Also es muss deutlich gemacht werden, warum ich widerstandreich bin. Ich muss den Widerstand begründen und rechtfertigen. Aber zweitens muss ich auch natürlich die Emotionen begrünen. Ich will andere ansprechen, ich will sie überzeugen, ich will sie aufwürgen. Ich will sie dazu formulieren, mitzumachen. Vielleicht will ich auch dem Gegner meine eigene Stärke belustieren, meine moralische Überlegenheit. Also das ist diese emotionale Seite von Widerstand. Und ich glaube, das ist der Grund, warum gerade Protest und Widerstand nicht ohne inszenierenden Ausbaut. Weil er immer sozusagen aus der Position der Schwäche stattfindet und immer auf der Suche nach möglichen Sympathisanten ist, die bereit sind, den Widerstand zu ihrer eigenen Sache zu kommen. Nun ist es allerdings nicht so, dass nur die Widerständigen den Protest inszenieren, sondern es sind ja mindestens drei Parteien, wenn sie so wollen, an der Inszenierung von Widerstand beteiligt. Ich bin nicht auf der einen Seite genau, die die Widerstand leisten. Darüber wird Nicole Dantloch gleich noch mehr sagen. Zweitens, die, gegen die Widerstand geleistet wird, also meistens der Staat, Sicherheitsinstitutionen, Sicherheitsorgane, Internationale Organisationen, denken Sie an die Proteste gegen die Widerstand oder so. Und drittens natürlich Obachter, extern, mehr oder weniger professionelle Obachter. Und da fallen einem natürlich insbesondere zwei ein. Erstens, Journalisten, die den Anspruch haben, mehr oder weniger objektiv zu berichten, was die Sachlage ist, unverfälscht. Und auf der anderen Seite, die Kunst, die gerade mit Verfremdung arbeitet. Und zumal, wenn sie sich für politische Kunst hält oder so versteht, partei gedreift. Sie kennen wahrscheinlich den Satz aus der Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß, der sagt, dass alle ästhetischen Fragen auch immer politische Fragen sind. Und dann gibt es natürlich zwischen den Mischformen, wenn Sie etwa an politischen oder gar tendenziösen Journalismus denken, in der auch Parteien greift und sich für eine Sache gewissermaßen gefangen nimmt. Und es gibt natürlich auch die dokumentarische Kunst, die weitgehend auf Erfremdung und Inszenierung verzichtet. Aus bestimmten Gründen und wir werden das gleich mit Marcel Seeburger diskutieren und weiter so, ob möglich ist, wenn es sinnvoll ist. Klar ist, glaube ich, aber in jedem Fall, dass politischer Streit, dass die Auseinandersetzung zwischen Erfschnell und Widerstand immer geprägt ist von Inszenierung und Selbstinszenierung. Also zum Beispiel der Staat installiert den Widerstand als Störung der Ordnung, als ungerechtfertigt und überzogen, als lächerlich oder brutal, jedenfalls so, dass seine Rechtfertigung oder Rechtmäßigkeit, seine Legitimität bestritten werden kann. Offizielle Bilder von Demonstrationen oder von Protesten fokussieren in der Regel auf Gewalt, auf den Gesetzesbruch, die Unverhältnismäßigkeit der Mittel, die Unverhältnismäßigkeit des Widerstandes. Offizielle Bilder tendieren dazu, Protest und Widerstand zu deliktieren, zu kriminalisieren. Denken Sie nur an Ihr Passwort und Ihren Personalausweis. Irgendwie sehen wir da alle wie Verbrecher aus. Und dass es dafür kein Gefahr ist. Es gibt natürlich gute Gründe, warum es geometrische Verfahren dient, keine Frage. Und trotzdem steckt dahinter natürlich eine gewisse Wahrschaftstechnik, wenn Sie so wollen, eine Deliktimierung potenziellen Widerstandes. Ich glaube jedenfalls, dass Thias Corrales mit seinen Filmen genau auf diese Macht und Ambivalenz der offiziellen Bilder, der den Ideal übertragen, die Bilder hinweisen möchte und uns auffordert, an ihrer Authentizität zu zweifeln, in gewissermaßen hinter die Inszenierung von Widerstand im Protest zu schauen. Und ich glaube, das führt dann immer zu Nikols Beitrag, nicht nur hinter der Inszenierung von offiziellen, staatlich vertriebenen Geldern, sondern auch der Inszenierung des Protestes selber. Ja, ich glaube, eines der Statements, die wir haben, als wir, oder zu dem wir gekommen sind, als man zu diesem Film hat, Lukaku Karimus war, der Kampf um mediale Relativität ist die Inszenierung von Protest selbst zum Teil des Protestamments geworden. Und ich glaube, das kann man recht deutlich sehen in gegenwärtigen Protestbewegungen im Widerstand. Und das ist aber gleichzeitig auch ein klassisches Dilemma, dass das einen Widerstand auszeigt. Und Christoph hat schon darauf hingewiesen, Widerstand, wenn er überhaupt irgendwie wirksam werden will, muss sich Gehör verschaffen. Er muss also irgendwie seine Alternativen, die er mir gegen eine Herzschneuerordnung vorbringen, in die Öffentlichkeit transportieren. Und dafür braucht er mindestens seit der meisten medialen Ausgestaltung unserer Gesellschaft eben die Medien. Das heißt, er muss dort Eindruck finden. Die Medien wiederum funktionieren nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiten. Sie sind selbst in einer Konkurrenzsituation in der Suche um mehr Adressaten gegenüber anderen Medien. Und das heißt, sie brauchen immer die Useworthy-Geschichte. Diejenigen, die am meisten Aufmerksamkeit erlegen. Und das ist nun mal selten das lange Essay über eine dramatische Alternative von Widerstand und Protest, sondern das ist das Diskutiere, das Spektakuläre. Und das sieht man dann natürlich auch in den Darstellungen, in den medialen Darstellungen von Protest und Widerstand. Dargestellt wird in der Tat die Störung des Alltags. Der Steingewerker, das berühmte Polizeiauto, wenn Sie jetzt gerade mal an das Frühjahr in Frankfurt denken. Aber nicht unbedingt sozusagen eine ernsthafte Auseinandersetzung bei den inhaltlichen Zielen. Umgekehrt ist dem Widerstand aber darauf angewiesen, er muss ja rein in diese Presse, er muss irgendwie sichtbar werden. Wenn es keiner merkt, dann kann man eben auch nichts erreichen. Und das ist sozusagen immer ein klassisches Dilemma. Einerseits muss ich disruptiv sein, ich muss Aufmerksamkeit erfüllen. Andererseits kann es dazu führen, dass mir dann die Legitimität meiner Ziele abgesprochen wird. Weil ich jetzt sozusagen so stark die Augen störe. Was man glaube ich gerade in den letzten Jahren sehr schön beobachten kann, was aber schon ein älteres Phänomen natürlich ist, ist, dass Widerstand versucht wieder die Kontrolle über diese Bilder in den Wegen zu gewinnen. Sie sehen das einmal in ein paar ausgefallenen Inszenierungen und Choreografien von großen Protest-Events. Wenn Sie an diese farbigen Protestzüge denken, die in unterschiedlichen Formationen auflaufen. Sowas wie die Tute Bianchi sagt vielleicht was, das sind Formationen, die in weißen Schaumstoffanzügen marschieren und sozusagen eine Art von passiven Widerstand erzeugen wollen. In Frankreich hatten wir jetzt diesen Farbigenz mit den unterschiedlichen Fingern. Wir sehen Kahn, Maleske, Formationen, Straßentheater. All das sozusagen soll verhindern, dass die klassische Sensationswoche den Medien zugreifen kann, um an Kontrolle über das Bild der eigenen Taktik und natürlich auch Ziele wieder zu gewinnen. Noch extremer sieht man es vielleicht, wenn man sich da neuen Unternehmer betrachtet, die anfangen Kampagnen zu organisieren. Die organisieren sozusagen, was eigentlich protektiv möglich ist und wie man das dann am professionellsten aufziehen kann. Da sind ganze PR-Abteilungen teilweise dahinter, die da eben versuchen tatsächlich sich auf das Spiel der Medien einzulassen und es besser zu spielen. Also ich glaube, wir sehen sozusagen ein ganz klassisches Dilemma gegen Protest in Deutschland immer ausgesetzt und in Grafwanderung, wie wir sie fahren. Es gibt immer einen zweiten Aspekt, unter dem die Inszenierung von Protest, Teil des Protesthandels geworden ist und das ist glaube ich was, was wir wirklich nur in sehr gegenwärtigen Bewegungen, vor allen Dingen antikapitalistischen Bewegungen in Protest sehen. Und das ist am besten, um diesem Schiff von der Heimatlosigkeit antikapitalistischer Proteste zu verstehen. Was ist damit gemein? Was man ja sehen kann ist, dass viele antikapitalistische Proteste und Reproduzierungen ideologisch heimatlos geworden sind. Also die großen alternativen Erzählungen sind wirklich an die Ende gekommen. Sie haben sich entweder in der Realität diskreditiert oder die Wahrnehmung ist, dass schon die Formulierung dieser Alternative zum Kapitalismus selbst immer in Gefahr geredet, vom kapitalistischen System aufgesogen zu werden, dass er sich tief einleitet und nur raffiniert hat. Und wenn das der Fall ist und man gleichzeitig aber das Gefühl hat, nach der letzten Finanzkrise, dass der Kapitalismus nur auf die nächste Krise zusteuert, was bleibt da noch? In einer solchen Phase, so scheint es mir, werden die Praktiken, die Performanten, wenn sie eben so wollen, die Ästhetik des Protests selbst zum Inhalt rufen und beginnen, ihn zu ersetzen. Und einfach mal ein paar Beispiele zu dem, was ich damit meine. Wir sehen den Auszug aus dem System im System, so eine Art innerer Exogus. Denken Sie mal an so etwas wie Ökodörfer. Also der Versuch innerhalb des Systems, eine ganz andere Art von Lebensweise zu italieren. Das ist vielleicht so einer der radikalsten Formen, die wir erkennen können. Wo sozusagen die Praktiken selbst das Tun eigentlich seinen Inhalt darstellt und überschreitet. Wir sehen das aber auch in den Protestkanten, wenn der Art der Organisation verfolgt. Assembleas, die Verweigerung von Repräsentation und Führung. Wenn man eben dem Kapitalismus kein Ziel mehr gibt, sondern die Vielheit bestimmen bleibt, dann kann man vielleicht damit etwas erreichen. Aber wiederum, es ist die Praktik selbst, wie der Inhalt geworden ist. Sie sehen, dass es so etwas wie, das könnten wir jetzt auch mal probieren auf dem Problem, dem Human Mind, wo man sozusagen über Verständnis, jeder darf nur ein Buchstaben eines Wortes sprechen. Ebenfalls versucht einfach das System so weit zu zersetzen, dass es eben nicht mehr einfach weiter funktionieren kann. Also das ist sozusagen eine ganz, ganz gegenwärtige Entwicklung, die man sieht in der Inszenierung von Protest, die auch ganz einen Dilemma erzeugt. Weil natürlich immer schwieriger sichtbar ist, wie soll daraus Schlagkraft entwickeln? Wie soll denn, wenn man nur Praxis betreibt, noch irgendwie eine Alternative erkennbar werden? Und wie soll man noch andere affizieren, dass sie anfolgen, in den Widerstand gegen eine Herstauung? Und damit rufe ich mal direkt rüber zu Marcel, der hat gesagt, wie das aus Filmemachersicht eigentlich funktioniert. Widerstand aus Filmemachersicht funktioniert natürlich so, dass man sehr schnell merkt, dass die Dinge natürlich spannend sind, wo was kaputt geht und wo es brennt. Das hat einfach unser Action, unser Interesse an Action irgendwie mit sich. Und wenn Leute vom Computer sitzen und was organisieren und man filmt das, das ist irgendwie langweilig. Und in dem Dilemma, das kannten wir noch nicht, als wir mit dem Film begonnen haben, also am Anfang stand die Idee, dass wir eine Einführung in den Anarchismus machen wollen, und zwar so ein bisschen mit dem theoretischen Teil, aber auch ganz klar schauen wollen, was die Leute so in der Praxis treiben. Und dann haben wir 2009 oder begonnen, den Film zu planen, 2011 haben wir zu drehen begonnen und haben sehr schnell gemerkt, genau das, was ich da beschrieben habe, was funktioniert und was irgendwie schwierig darzustellen ist. Wir haben uns ein Projekt in Griechenland angeschafft. Wir waren in Griechenland in Athen und da gab es einen besetzten Park. Dann waren wir in Deutschland mit einer Aktivistin unterwegs. In Spanien haben wir zum einen diese große Anarchismus- und Räuber, der das Geld in soziale Projekte gesteckt hat und eine Kooperative gegründet hat, die sich dem Kapitalismus überwinden hat. Und dann waren wir kurz in der Schweiz bei einem großen anarchistischen Treffen. Das ist so die Motive und die Orte, wo wir waren. Und wir haben dabei, wie gesagt, sehr schnell festgestellt, dass viele Dinge, die die machen, filmisch einfach sehr langweilig sind, aber für uns irgendwie eigentlich viel relevanter waren. Also die meisten vergleichbaren Filme, auch aus der Bewegung oder auf jeden Fall mit einer Sympathie für kapitalismuspolitische Bewegung, die hören irgendwie beim Protest auf. Und so weit hat es uns gut gegen die Gedanken da. Also man geht auf die Straße und hat eine große Menge und dann kracht es und dann ist die Evolution. Und was macht man eigentlich danach? Und das, was man danach macht oder was man jetzt schon macht, um etwas anders aufzubauen, das hat uns dann sehr schnell zu interessieren begangen. Okay, also sind wir zuerst mal nach Griechenland gegangen. Und die ersten beiden Ausschnitte, die wir hier haben, sind aus Athen. Man muss sich den Stadtteil Exarch ja so vorstellen, manche haben darüber vielleicht schon lesen. Die Polizei hat es dann schwer. Es gibt eigentlich, also es gibt, wie gesagt, keine Polizeistreifen oder so. Die Polizei kommt nur mit Mannschaftsstärke eigentlich rein. Objekte drin, die geschützt werden sollen, werden bewacht. Es gibt keine Banken mehr drin. Also eine Mischung aus irgendwie Kreuzberg und Hafenstraße, sehr viele Künstler, aber auch Ausgepublikum und sehr viele Politiker, äh Politiker, sag ich schon für so einen Spahn, sehr viele politische radikale Szenen. Also und in Griechenland sind eben seit dem Tod von Alexandros Gregoropoulos die Ankisten eigentlich eine junge und sehr große Bewegung. Und die geben auf jeden Fall dort den Ton an und haben nach diesem Tod des Funktionärigen diesen Park besetzt. Also einen Parkplatz eigentlich. Und haben aus dem Parkplatz einen Park gemacht. Und in dem Umfeld haben wir uns bewegt. Und mit dem ersten Ausschnitt würde ich einfach mal loslegen, um uns zu zeigen, also was ich mitbringe, was ich hier beitragen muss, sind glaube ich die verschiedenen Blickwinkeln oder Angehensweisen an das, wie man dann Widerstand darstellt. Ich habe jetzt die Ausschnitte natürlich auch nach Action ausgesucht. Sprich, die ganzen Ragenisierereien seht ihr im ganzen Film. Hier seht ihr jetzt das, was passiert, wenn es irgendwie kracht. Und die erste Szene ist passiert. Da waren wir einfach in der Nachbargasse beim Essen. Und es hat verbrannt gerochen. Es waren zwei Tage Generalstreik. Es war Dienstag oder so. Dienstag Mittag. Und dann sind wir die Nachbarstraße rum in die Gsache. Und dann ist Folgendes passiert. Zum Generalstreik, auf die Demo. Wir haben nicht genau gewusst, was unser Prototonist machen wird. Oder besser gesagt zwei, wir waren nur zwei gleichzeitig unterwegs, aber eine war vorneweg. Und sind mit dem dann durch die 80.000 Leute, die in deno. Wir sind auf unseren Tag nahe rumgelaufen. Und haben auch dort versucht, uns nicht so zu bewegen wie die normale Presse. Und auch versucht, andere Bilder zu machen. Mit der Montage im Film ist es aber wieder jetzt, es ist in einem Song eingebettet. Aber schaut sich das am nächsten Mal vor. Ja, vielleicht kann ich da gleich einsetzen. Es sind ja zwei sehr unterschiedliche Gäste, die wir gesehen haben. Die erste, die wir so zurückgenommen durchgeschrieben haben. So dokumentarisch. Wir sollen den Eindruck haben, wir sind dabei, wir gehen vorbei und sehen das. Und das zweite ist ja doch sehr viel ästhetisierter, künstlerischer. Die Frage ist, was ist euer Konzept dahinter? Versteht ihr euch selber oder verstehst du dich selber eher als Künstler oder als Journalist? Oder ist da dieses Jean Gilles interessant? Habt ihr ein Konzept oder kommt das mehr so aus dem Moment heraus? Das ist ja sehr unterschiedlich heran, wie es weiter ist. Also, man muss sagen, natürlich, das ist jetzt ein kurze Fenster aus dem 80 Minuten Film. Deshalb wirkt das jetzt natürlich vielleicht auch nicht sehr... Okay, wirkt es sehr unterschiedlich oder vielleicht am Moment ist man sich jetzt auch nicht viel Inhalt oder so, sondern es ist wirklich auf diese Action-Momente hier konzentriert. Ja, natürlich geht man mit dem Konzept dran. Aber gerade beim Filmen ist es so, dass man eigentlich... Also, für jeden nächsten Schritt macht man sich einen Plan. Und man wird aber während dem Konzess den Plan entweder über den Haufen werfen oder dann merkt man, okay, das funktioniert. Aber man muss auf eine andere Art und Weise damit umgehen, wie man das vielleicht dachte. Beziehungsweise kann es natürlich auch sein, dass man nochmal drehen muss, weil irgendwas fehlt. Also, das ist uns auch passiert. Bei so langen Dokumentakeln passiert das öfter. Der Plan hier war eigentlich von Anfang der, dass man sagt, okay, man nimmt sich zurück, man ist ein Betrachter. Deshalb waren so von der Bildsprache her, von dem Ausgangsmaterial, waren die Dinge gar nicht so unterschiedlich. Nur die Montage hat das dann sehr unterschiedlich gemacht, dass man dann auch einen Song benutzt und so weiter. Aber das ist eigentlich dem vor allem geschuldet, weil es natürlich sehr viel darum geht, das Gefühl zu vermitteln, wie der Ort ist. Also, wenn ich das Ding sehe, muss ich mich selber fragen, okay, was ich da baue, fühlt sich das so an wie dem Ort, den wir dort, die Situation, die Menschen, die wir getroffen haben? Was waren das für Zutaten, die wir da brauchen und die wir vermischen? Beziehungsweise, wenn man da ein Testpublikum hat, fragt man, okay, das, was ihr seht, was seht ihr denn? Und wenn deren Antworten sich mit dem denken, was wir dachten oder was wir gefühlt haben oder so welche Fragen haben, dann habe ich das Gefühl, dann ist man da sehr nah dran. Und zur Frage journalistischen Anspruch, jein, also ich habe einen Fresseausweis, aber das sage ich erstmal immer gar nichts. Ich denke, dass es wichtig ist, da eine klare eigene Haltung zu haben, weil gerade der journalistische Anspruch ja immer vorgaukelt, dass es eine Objektivität geht. Aber die ist ja entweder gar nicht da oder verbessert oder es ist einfach nur Herrschaftsmeinung oder es ist ein Standpunkt, der von einer großen Mehrheit getragen wird. Das wird uns dann eine Vorgabung der Objektivität. Und insofern ist es für uns da schon klar, ich meine, ich kann nichts sagen, dass wir ein großes Übertrieb für das Thema haben. Und aus dem Blickpunkt haben wir uns das auch geschaut, aber wir haben auch keinen Propagandafilm gemacht dagegen. Ja, also ich kenne ja auch sozusagen Werbung aus dem Gesamtfilm, da sieht man natürlich auch, wir haben in der letzten Session herausgehalten. Aber ich finde, diese letzten Ausschnitte, die wir jetzt gezeigt haben, das ist natürlich tatsächlich eine heroische Erzählung, die da auftaucht. Also man sieht sozusagen die Unterlegenden, die schon von, ich meine, der Mann, der nicht mal ordentlich kauen kann und so weiter. Also hier sehen wir die Unterdrückenden, die sich tatsächlich erheben und gegen alle Widrigkeiten leiden sie eben vor Ort. Und in so einem Not-Leaf oder wie war das, wir werden hier to stay oder was. Dazu dann dieses Leaf noch im Hintergrund, das ja auch sozusagen auf kulturelle Momente aufgreift, Heimat aufgreift. Da ist ja tatsächlich sowas drin und ich verstehe das auch. Also genau wie du sagst, man möchte dieses Gefühl transportieren, das man selbst an diesen Orten auch hatte. Und das ist natürlich etwas, wenn man in der Nähe eines Protest passt, hat das ja auch erlebt. Dieser emotionale Überschuss, der dann auftaucht. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt aber auch noch auf unseren Film zurück, von Bucharenhoff. Da ist recht deutlich, dass er versucht hat, all das herauszunehmen. Was bleibt übrig, wenn ich das rausnehme aus so einer medialen Darstellung? Wenn das Schwarz-Weiß-Zeichen zum Comic werden lässt, dann ist nicht mehr zu sehen, wo eigentlich sozusagen die Emotionen sind. Dann ist nicht mehr zu sehen, gegen was eigentlich demonstriert ist, gegen was Widerstand aussichtet, wer hier eigentlich der Unterdrückte ist. Sondern da ist wirklich sozusagen, wir sehen eine kompletten, fremde Konfrontation zwischen zwei Kräften. Aber wir wissen nicht sozusagen, was dahinter steht. Und ich glaube, wenn man eben Filme nachher lässt, und auch Journalisten haben aber ein ganz ähnliches Problem, kommt man gar nicht mehr hin, als eben sozusagen eine Bewertung mit Einverwissen zu lassen. Also im Vorfeld passiert es dann wahrscheinlich im Schneideprozess, wo dann eben jetzt argumentiert wird. Ihr habt ja noch eine dritte Form der Darstellung von Protest, nämlich das ist so ein bisschen Embedded Journalism genannt, oder Embedded Filmmaking. Vielleicht kannst du uns die Szenen machen. Ja, wir waren, wie gesagt, mit der Hannah Pollich unterwegs. Sie ist medienerfahren, eine Aktivistin, die eigentlich hauptsächlich aus der AKW-Bewegung kommt, oder dort tief ist. Und wir waren mit der erst schon mal auf dem Castor Transport, auf dem letzten Posten, drei, vier Tage unterwegs. Und dann war uns klar, also da war es wirklich so, dass wir gesagt haben, filmisch, wir brauchen irgendeine Szene, wo irgendjemand wirklich mal eine Aktion macht. Weil ansonsten trägt der Film keine 80 Minuten, wenn da nur Leute von was erzählen und nie das tun. Und das machen Anerkristen natürlich sehr ehrlich, dass sie drüber schreiben und erzählen, aber nie was tun. Oder viele Autokristen machen das nicht mehr so. Also haben die Hannah angerufen und dann gesagt, ja kommt da hin nach Gronau, das ist so eine urbanen Aufbereitungsanlage, da passiert wirklich was, hat sie gesagt. Und dann sind wir da in Gefahr. Und wir sind dann in der Nacht um drei von dem Camp los. Es gibt im Film davor auch eine kurze Sequenz, wo die die Szene vorbereiten, wo die durchsprechen, was irgendwie so irgendwo passieren wird. Und los geht es aber, wo wir dann ganz aufwachen. So, das war das und ich schiebe nur ein kleines, ganz kurzes noch hinterher, was am Customer. Also hier waren wir ganz nah irgendwie dran. Und konzeptionell, also jetzt als Kameramann-Perspektive gehe ich an einen Dokumentarfilm halt so ran, dass ich mir überlege, okay, bei den Bildtypen will ich irgendwie machen. Und da war von Anfang an die Idee da, dass man diese Szenarien, wo alle so nah wie möglich dran zu sein, dass wir ganz weit weg gehen. Also das hat man bei dem Griechenland-Zeug schon mal gesehen. Da waren ein paar Bilder drin, wo wir hinter den Reihen standen und so ganz totale Aufnahmen gemacht haben. Und hier bei dem Castor, bei den drei Bildern ist auch das letzte auch mit dem Hintergedanken entstanden. Auch das letzte ist ja eine ganz starke ästhetische Bekunft, ganz, ganz, ganz offensichtlich. Du hast gesagt, das ist vielleicht so, als Dezembergabe, wo wir das Publikum einbeziehen, so eine Unsympathie für die Bewegung. Wie fern hat euch das geholfen oder im Weg gestanden? Wie geht man selber damit um, wenn man so einen Film macht? Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal gut ist, eben eine stärkere Distanz zu haben, zu den Dingen, wo der Bildtypen sich wieder erarbeitet. Für euch selber, wenn ihr einen solchen Film macht, als Teil des Widerstands sozusagen, auch als Dokumentarfilmer. Eures Kulöres ist es ja von bestimmter Art, ihr macht ja keine Hollywood-Spiegel und so offensichtlich. Das ist ja auch eine Art von, und vielleicht kannst du ein bisschen über Selbstverständnis absprechen. Okay. Ich denke, das hat, wie bei jedem Buch und so, sehr viel mit den Personen zu tun. Also, den Film habe ich ja mit Moritz Springer zusammen gemacht, und wir sind beide jetzt schon so gestrickt, dass wir ein großes Interesse, vor allem an Stowassers, das Buch von Moritz Stowassers Anarchie, das war ja auch ein Ausgangspunkt mit vom Film, an einer kritischen Haltung auch der Bewegung gegenüber. Die haben wir beide von Haus aus gehabt, und auch Horst hat die, denke ich, gehabt. Und dann war es halt so, also wir haben es natürlich schon benutzt, aber jetzt nicht auf eine Art und Weise, dass wir versucht haben, Dinge zu kriegen, die wir sonst nicht kriegen, sondern in Athen war klar, okay, die meinen, oder manche dort meinten, okay, wir machen so ein typisches Propaganda-Dings. Das haben sicher noch einen gedacht, weil da war immer die Frage, okay, wer seid ihr? Und dann war immer die richtige Antwort, we are a collective. Also, du kannst nicht sagen, wir haben das Filmteam, oder wir machen ein Film mit staatlichen Bildern, bla bla bla, oder was weiß ich, sondern es war immer we are a collective. Und dann war, ah, okay, and who do you know? Okay. Und dann haben wir in diesem informellen Kreis irgendwie drehen können. Das war anders als ganz anders. Hanna zum Beispiel ist völlig klar, was wir machen, wie wir arbeiten. Die hatte auch total Bock drauf, also diese Stütze und so weiter auch immer gern selber her. Und insofern war unser Selbstverständnis, okay, wie stand es uns im Weg? Wir waren teilweise Teil dieser Diskussionen, also es gab Orte, wo wir nicht drehen durften. In Spanien, im Kollektiv, da war ein anderer Filmemacher, der hatte ein anderes Copyright-Verständnis gehabt, wie wir. Und dann haben die im Projekt gesagt, wir dürfen nicht drehen. Also waren wir auch vor Ort dann immer Teil irgendwie von den Diskussionen und so weiter. Und mir persönlich ist wichtig, also ich denke, dass ich nach dem Film sehr viel kritischeres Bild oder Blick auf die Bewegung auch habe, wie davor, dann muss man offen sein. Ich denke, wenn man da offen ist, dann kann man einen Film machen, die Filme, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn eine Veranstaltung ist und da ist niemand, dann zeige ich euch, dass da niemand ist oder meinetwegen lass es aus dem Film raus oder so. Aber so zu tun, als ob das die total geile Veranstaltung war, okay, das machen viele, aber da haben wir auf dem Film kaum noch drauf. Aber das hat viel funktioniert, ist offensichtlich, der hat mein Publikumspreis schon gewonnen beim ersten Festival und geht jetzt eigentlich erst auf Tour, weil sie ihm das auch abkommt. Aber jetzt wollen wir die Diskussion ein bisschen öffnen, wer mag von ihm das Wort? Ich habe jetzt einige Fragen an den Filmmacher, wie er zu Protesten steht und ich würde gerne die gleiche Frage an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen, wie die wissenschaftliche Behandlung, oder ihre zumindest, sich zum Protest verhält. Ja, ich glaube, Wissenschaftler stehen nämlich vor einem ähnlichen Dilemma. Also, wir würden Protest mal, auch nicht allen wahrscheinlich, symbolisiert gegenüberstehen, aber es hilft uns nicht unbedingt in der Analyse von Protest, sogar ganz im Gegenteil, da steht uns noch mehr entgegen. Sondern wir müssen zumindest sozusagen über den Versuch unternehmen, uns distanzieren zu können und dann eben zu versuchen, einfach Daten zu erinnern und auszuwerten. Jetzt weiß jeder, dass das sozusagen kein unschuldiges Geschäft ist, sondern natürlich sozusagen die Voreinstellungen, die man hat, auch beeinflussen, welche Art von Fragen man stellt, welche Daten man erhebt und eventuell auch wie man sie interpretiert. Das heißt, wir sind uns bewusst, dass wir unsere Voreinstellungen komplett bewusst werden, aber wir tun unser Bestes, um die Illusionen für uns im Anfang aufrechtzuerhalten. Vielen Dank für die interessante Beiträge. Ich habe noch eine Frage, was Herr Sehuber, was er eben gesagt hat, dass, so wie das wahrgenommen wird, ganz stark von Inszenierung auch durch die Medienmacher geprägt wird, also Schnitt, Einstellung und so weiter. Deshalb jetzt mal eine Frage, was wolltet ihr denn darstellen? Das fängt ja auch sehr von den Interessen der jeweiligen Medienakteure ab, von uns weiter genannt. Deshalb jetzt meine Frage, was wolltet ihr denn? Wie wolltet ihr das denn darstellen? Also uns geht es eigentlich vor allem um das, was nach dem Protest passieren soll. Also diese Ausschritte jetzt sind eigentlich nur so ein kleiner Aufhänger im Film und sind natürlich ein Teil, wo das Leben der Protagonisten stattfindet, also gerade jetzt auf Griechenland münzt. Aber es geht eigentlich den Anarchisten, die dann entweder in großen versuchen, wirklich gesellschaftliche Strukturen aufzubauen, genauso wie im kleinen zu versuchen, Zug zu blockieren. Deren Tätigkeiten und deren Handlungen schauen ganz anders aus, wie das, was uns medial vom Protest gezeigt wird, nämlich dass das halt eine Demonstration ist. Also bei uns ist es halt schon so. Denke ich, dass viele denken, okay, wenn ich Widerstand machen will, dann gehe ich auf eine Demo und wenn ich ganz krass bin, dann schmeiße ich einen Stork. Aber eigentlich im Film wird man sehen, dass das, was die Leute wirklich tun, ganz andere Handlungen langsammelt. Dankeschön. Wie seht ihr euch selber und was habt ihr für einen Eindruck geworden, wie Leute aus der Bewegung sich sehen, so selbst im Vergleich, wenn sie sich selber vergleichen, mit dem Geschehen, sagen wir, in den letzten drei Jahren in den etwas weniger hochnormativ regulierten Eskalationsordnungen? Also Stichwort von Benghazi-Wissen von Maas. Stichwort Koppelstube. Das ist eine konkrete Frage. Da wird die Antwort wahrscheinlich schwammig. Wie sehen die Leute sich selbst? Das ist von Bewegung zu Bewegung unterschiedlich. Hanna, ich gehe dir mal kurz durch den Kopf, Hanna hat eine sehr professionelle Herangehensweise, ist Vollzeitaktivistin, hat kein Konto, zieht durch die Lande, schläft fast nie. Die, also klar, die hat schon zu Hause, aber die hat keine eigenen Ohren, die hat Worte, wo sie ist, wo sie bleiben kann und geht so von Widerstand zu Widerstand. Also jetzt hier Kohlengrube, schlage ich Nachrichten, gehört die Stimme irgendwo im Hintergrund. Die Griechen sehen sich sehr unterschiedlich. Ich meine, das ist, der Protest ist auch immer so, wie die, also der Protest sagt ja immer sehr viel über die Gesellschaft aus, in der der Protest stattfindet. In Griechenland ist der Protest sehr viel mehr gewalttätiger, weil einfach, ich denke, die griechische Gesellschaft sehr viel mehr gewalttätiger ist wie unsere. Unsere war das vielleicht vor 40 Jahren noch, die wir entsprechend haben, der Protest hier dann anders ausgeschaut. Das ist dann viele Faktoren, aber die würden da auf jeden Fall rein. Die griechische Bewegung, die manche denken, dass die bald zu den Waffen greifen. Andere machen das Übliche, wie hier auch, nämlich anfangen, Ökodörfer aufzubauen und zu gärtnern, aber alles noch sehr am Anfang. Eigentlich hat das alles mit der Krise jetzt richtig in einer großen Größe, in einem großen Maßstab begonnen. Und in Spanien war ganz interessant, weil, okay, die Sechetie, die hat eine ganz lange Tradition, also der Spanische Bürgerkrieg, also die Anarchisten dort haben ja schon ab Mitte 19. Jahrhundert angefangen, Bewegung und Orte, Schulen und so weiter aufzubauen. Und eigentlich war ja dann der Spanische Bürgerkrieg dann mehr oder weniger das Ende davon. Nichtsdestotrotz blicken diese anarchistischen Gewerkschaften mit ihren in Spanien 60.000 Mitgliedern auf so eine lange Tradition zurück. Wirkten aber irgendwie auch ein bisschen verstaubt, auch wenn die mit Sicherheit ganz coole gewerkschaftliche Arbeit waren. Und das ist auch ein Grund, warum es dann bei den Jüngern, die landen dann eher in so Hausbesetzer-Szenen oder eben bei dieser Kooperative von Henrik Dolan und die ist im Umfeld aus der 15M-Kinze-M-Bewegung. Hat das Grob das beantwortet? Wie konnten wir wieder mit der Frage fragen? Keine Ahnung. Ich bin nicht ganz erlaubt, Sie darauf anspielen, aber wenn Sie damit sagen wollen, sozusagen der Protest ist die Puppenstube, und was wir in Benghazi und Donbass sehen, das ist sozusagen ein Kriegerblick. Dann scheint mir jetzt eine Frage danach zu sein, ob nicht sozusagen die Zulierung ohnehin im Realleben eine sehr große Rolle mit dem Gewaltsackkonflikt. Natürlich ist das so. Das wissen wir auch, das ist ja auch nichts Neues. Das ist auch nicht irgendwie etwas, was wir erst im Gegenwärtigen Kriegen, Bürgerkriegen oder Internationalen Kriegen, das heißt zwischen Staatlichen oder sogar staatlichen Kriegen, die wir dann auch schon den Weltkriegen sehr schön beobachten können, und wie sozusagen auch da die Frage, wer die ideale Lufthoheit sozusagen erobert hat, auch ganz wesentliche Punkte auf allen anderen Schlachtfeldern machen könnte. Ist das was Ähnliches? Ja, das ist was Ähnliches. Aber gerade beim Protest ist natürlich sozusagen immer der Versuch, da nicht in den gewaltsamen Widerstand zu rutschen oder auch hineingedrängt zu werden, weil man natürlich sozusagen an einer zivilen Auseinandersetzung im System auch interessiert ist. Man möchte ja sozusagen für Alternativen kämpfen, man möchte ja Unterstützer kämpfen. Wenn Protest in den Untergrund geht, gewaltsam wird, dann verändert sich die Logik. Auch die Logik der Inszenierung verändert sich da. Dann geht es um was anderes. Dann wird durch gezielte Gewaltaktiv versucht sozusagen die eigenen Unterstützer noch mehr an die eigene Brote zu binden. Das heißt sozusagen die Verbindung zur Außenwelt schwächer zu machen, die Verbindung zur Innenwelt der Gruppe stärker zu machen. Was daran ist häufig ein Effekt und ich bin noch mal kein Terrorismusforscher, deswegen würde ich das eigentlich ganz gerne, das ist aber da so weitergegeben. Ich bin ja nur die harmlosen Protestforscherin und dabei sozusagen aber auch, ne, das sagt es einfach gut. Ich weiß nicht, was du mich sagen lassen möchtest. Welchen Effekt der Gewaltzahnen-Anträge haben? Auf die Gruppe. Wollt ihr mal das nehmen? Okay, es ist völlig richtig, was Nicole sagt, dass Gewalt, das ganze Spiel nochmal verändert. Sowohl für die Gruppe, die gewalttätig wird, wie für das Umfeld, für das, was man sozusagen nennt, oder wie auch immer, oder wie auch immer, wie natürlich auch für, dann entsteht ganz, ganz neue Dynamik. Und es ist, wie du sagst, ein vertreibtes Spiel, einfach eine ganz andere Dynamik. Und, ja, man muss vielleicht nochmal unterscheiden, natürlich wo, in was für einem gesellschaftlichen und politischen Umfeld Demonstrationen, Widerstand geleistet wird. Nicht in einem liberalen, demokratischen Staat, der sehr viel elastischer auf solche Dinge reagiert, als in einer Autokratie, wo sofort Gegengewalt angebildet wird. Ich glaube nicht, hoffentlich in so einer Situation sind für die einzelnen Demonstrieren, für die einzelnen Demonstrieren viel höher, der Einsatz viel, viel höher. Auf der anderen Seite müssen ganz andere Register gezogen werden, in einer Demokratie, um überhaupt eine Reaktion zu erhalten. Nicht also, man daher kann der Anreiz zu spektakulären, auch gewaltigen, aber auch zu anderen Aktionen, welche von uns sein, gerade in liberalen Gesellschaften, um überhaupt Bargung zu werden. Also, diese Dynamik ist ausgesprochen interessant, wie eine Gesellschaft oder wie ein Gegner oder ein Staat auf Demonstrationen und auf Widerstand leistet wird. Was mir noch generell zu der Thematik von dem Einfeld, was man als Filme noch immer mitdenkt, ein kleiner Sprung, ist das, dass man vor allem auch mitdenken muss, dass das Publikum den Film aus einer total eigenen Perspektive betrachtet. Also, ich kann die gleichen Bilder einem unterschiedlichen Publikum zeigen, die werden die Dinge, die sie sehen, für die unterschiedliche Werte bewerten. Und das ist etwas, was man oft gern dann vergisst dabei. Selbst wenn ich mit Musik oder mit Kontext noch versuche, das in eine Richtung zu drängen. Und das macht man natürlich als Filmemacher automatisch im Schritt. Also, das brennte Feuerwehrauto, wo ist da die Grenze zur Sprengfacke? Ich denke, dass die meisten griechischen Analysten, also fast alle, also 99% keine Lust haben, jemanden ernsthaft zu töten. Aber, aber es gibt in Griechenland bewaffneten Widerstand, also es gibt, es gibt Sprengstoffattentate, aber nicht nur von Anarchisten, sondern von unterschiedlicher Seite. Das war das, was ich meinte mit, das ist dieses Gewaltlevel in einer Gesellschaft, das dann herrscht. Also, die ganzen griechischen Protagonisten oder Aktivisten, die wir betroffen haben hier zum Mai-Alter haben, die sind alle noch krass von ihren Eltern verprügelt worden, also dass man dort zu einer Gewaltlösung auf der Straße oder überhaupt in Konflikten tendiert, ist einfach da, also da wird einfach viel schneller Zughaut, da wird viel schneller ein Molli geschmissen und es ist auch noch länger möglicher, also du kannst dieses Straßenschlachtspielchen in Griechenland viel länger treiben, wahrscheinlich wie in Berlin, ohne erwischer zu werden. Und da ist natürlich, okay, sehr viel Mut im Bauch und du hast natürlich eine völlig andere Polizei auch in Griechenland, die einfach extrem rechts besetzt ist, also der ganze Polizeiapparat, die normalen Polizisten sind sehr, sie kämen aus einer Ecke der Gesellschaft, sagen wir mal so. Und da schau ich jetzt natürlich extrem hoch, du hast viele Fälle von Folter in Griechenland an Flüchtlingen, an Antivisten und Markus, den wir kurz gesehen haben, der sammelt auch wieder für seine zweite Verhandlung, wo er nichts gemacht hatte, ist mit Elektroschocks gefoltert worden, also das sind Erlebnisse, die einfach ganz viele Leute berichten. Ich glaube, die Grenze ist fließend und die Grenze ist umstritten, das ist ja auch Teil des Kampfes. Und noch dazu ist es natürlich auch nicht so, dass der Protest oder der in der Stand da eine Strategie hätte oder eine Sichtweise, sondern auch innerhalb der Bewegung wird darum umstritten, was ist möglich, was ist legitim, was wollen wir. Und das kann man auch nochmal sehr schön beobachten, wenn auch Organisationskomitees jetzt teilweise eben so, ich hatte ja gerade die großen Biografien und so weiter vornehmen, könnt ihr aber nicht kontrollieren, was an allen Ecken und Enden passiert. Und dabei kommt es eben zu ganz unterschiedlichen Aktionen, die unterschiedlich bewertet werden, wie zu Streit innerhalb einer Bewegung, außerhalb der Bewegung und natürlich auch sozusagen im Konflikt dann mit den Sicherheitskräften führen. Aber ich glaube, der See ist erstmal schon richtig einverfließend. Ich würde gerne zu Atte darauf direkt reagieren. Ich kann vielleicht sagen, dass ich selbst auch Politaktivistin bin und Künstlerin und der Serie Tschetzel, was ich heute vom Vorbild haben bekomme, den Film. Aber es kommt mir doch der Verdacht hoch, dass, worum es eigentlich geht, gar nicht darstellbar ist. Und das ist ja schon angesprochen worden und das wird mir immer klarer machen, was eigentlich so ein Film noch alles verheimlicht, was nicht zu tragen kommt. Und darum haben Ihre letzten Worte sehr wichtig. Also die Gruppen haben ja einen Vorschlag, also eine Denonstration, die hat ja ein unglaubliches Vorspiel an Meetings, an Treffen, an Diskussion, an Außerpass, der an Tag muss gestellt werden. Es gibt Auflagen in 20, 30, 40 Seiten länger. Dann muss versucht werden, immer auch die Aktivisten an Köpchen zu halten. Also immer wieder Veranstaltungen, immer wieder Projekte, auch Kunstprojekte, Sozialprojekte, also alles, was auch anfällt heute mit Tauchen in Tonnen und, und, und. Da läuft ganz viel. Und dann ist eigentlich die Planung, wie eine Demo aussieht, was die Inhalte sind, wie es sich darstellt, ist ein Teilaspekt. Vieles passiert auf dem Internet, ist gar nicht dann öffentlich sichtbar, aber sehr wichtig ist dieses in die Öffentlichkeit eintauchen, die Plätze, die Straßen zu besetzen, da aufzutauchen, sichtbar zu werden, ja, und da zählt jeder. Also wir haben damals bei Glockenpaar gedacht, wenn ja weniger als 10.000 Leute auf die Straße gehen, haben wir eine schlechte Arbeit geleistet. Wir waren viel, viel mehr. Ja, das trug so. Und dann ist praktisch so ein kleiner Ausschnitt, wo man im Augenblick, nochmal ein weniger Ausschnitt, ja, und dann verheiligt der Film oder auch die Diskussion, was die Inhalte passiert. Ja, also die vielen Verhaftungen auch hier in Frankfurt, zum Teil Verurteilungen, Nachteile im Beruf, Nachteile in der Schule und so weiter. Ja, also das möchte ich nur mal jetzt sagen. Auch ich weiß auch, ein Kunstkünstler ist man auch nicht sehr beliebt, wenn man sich politisch einmischt. Und das sage ich ganz ernsthaft, deswegen fand ich die Frage an Sie beide auch wichtig, weil Widerstand, wenn ja nur auf der Straße passiert, es muss überall passieren, auch wenn man es nicht sieht. Ja, so. Und dann wollte ich nochmal was zu den Filmen sagen. Wir haben natürlich kein Interesse, in die Filme oder in die Medien zu kommen. Es ist einfach eine Frage, weil die Polizei Bilder und so weiter alles ausbehält. Und das ist keine neue Geschichte, das war mit der Vendomsäule, das kennen Sie wahrscheinlich alle. Die ersten Fotografien, wo alle, ja, die Vendomsäule gesprengt haben in Paris, damals physikiert wurden. und da besteht eben auch Angst und der Wiedererkennung. Die Filme, wir waren auch schon öfter bei Verhandlungen, Filme werden auch benutzt vom Staatsanwalt zur Wiedererkennung und so weiter. Also das sind so ein paar Sachen, die ich jetzt mal einbringen möchte. Auf die Ästhetik könnte ich auch was sagen, aber da ist viel gesagt worden. Aber das war mir jetzt einfach nochmal wichtig, auf Sie direkt nochmal einzugehen. Und das darzustellen wäre sehr schwierig, aber das wäre wahrscheinlich eine Herausforderung. Das wäre ein Langzeitprojekt. Ein Kommentar zur Erklärung, warum es zur Eskalation in Griechenland zu so einem ausschlagenden Maß kommt, ist, ich tue mich ein bisschen schwer mit der Erklärung, dass es sozusagen eine Gesellschaft an sich liegt. Also die Erklärung, die du nachher geliefert hast, wäre auch viel plausibel. Also dass es um eine Interaktion geht, auch mit der Polizei, die durchaus eher rechts- und konservativ verfügbar ist. Ich will eigentlich gerne mehr in die Richtung hören, weil ich, meine Einschätzung ist, dass es dort viel mehr damit zu tun hat, a mit dem, was vorher passiert ist, in der Protestmannschaft und mit dem, was dagegen, in Gegenbewegungen und auch gegen Demonstrationen stattgefunden hat. Eine Art Rechten-Demonstration zum Beispiel. In dieser Aktion und auch natürlich in der sozial-okonomischen Situation, in der sich Griechenland befindet. Und das ein bisschen wegnehmen davon, dass es etwas mit dem griechischen Charakter an sich zu bringen hätte. Naja, du sagst ja schon, du würdest das gerne hören, aber wenn du halt runter gehst und dir das anschaust, dann ist halt das, was man sich gerne so anliest oder wie man es gerne hat, stellt sich halt irgendwie anders dar. Ja, auf jeden Fall hier. Die Art und Weise, wie in Griechenland eine Demo abläuft, ist ähnlich wie hier sehr ritualisiert, also von Seiten der Polizei wie auch von Seiten der Demonstranten. Und das ist ja auch schon vor den, also bevor die Rechten jetzt stark wurden und so weiter, sind ja die Demonstrationen schon so gelaufen oder auch in Genua war es klar, also hat es ja unter den Demonstranten sehr viel Streit reingegeben, weil die Griechen, die Mollys in Häuser geschmissen haben, in Banken geschmissen haben, wo drüber Menschen gewohnt haben. Bei einer Demo zwei, drei Wochen, nachdem wir dort waren, sind drei Leute in einem Bankhaus erstickt oder verbrannt, wo Mollys reingeschmissen waren. Also ich denke ganz klar, da gibt es ganz viele Faktoren, also ganz viele Faktoren, die darauf einwirken, dass in einer bestimmten Region auch eine bestimmte Art und Weise dieser Protest stattfindet. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Griechenland wann 74 oder wann die Diktatur geendet hat. Also ganz viele Faktoren, aber auch durchaus bestimmte Traditionen. Also auch wie die Bewegung selber, also von was die ausgehen. Von was gehe ich aus, wenn ich dort hingehe? Also jetzt, reiner ist protestierender, ist ja das die Frage, wie wüsste ich mir aus, was muss ich davor abklären und was haben wir eigentlich vor? Und das ist einfach was ganz anderes, wie wenn du auf München auf eine Demo gehst. Auch von was gehen die anderen aus, die da hingehen? Weil jetzt die reine Straßenschlacht, das machen 50 Leute, 100 Leute, vielleicht mal 200, bei einer normalen Demo in Athen. Und dann stehen halt 30.000 drum herum, die das irgendwie herfinden oder nicht. Und das hat, denke ich, schon sehr viel damit zu tun, dass die Menschen, egal wo schon, auch gern die Bilder wiederholen oder das machen, dass sie vorher irgendwie, irgendwo haben sie halt eine Idee, wie Widerstand ist. Also die kommt entweder auf die Gläser oder man hat es irgendwo gesenkt oder man hat es von eurem Bruder irgendwie mitgekriegt. Manchmal lassen sie manche leider was komplett Neues einfallen, also wie die Toto Bianchi und so weiter. Manchmal gibt es da neue Bewegungen innerhalb dieser Protestkulturen oder neue Ideen, wie man es macht. Aber das meiste wird dann schon über Jahre sehr repetitiv immer wieder wiederholt. Und dann steht jetzt natürlich auch die Frage, was kann man darstellen? Natürlich, die ganzen komplexen Zusammenhänge sind sicher da und Sie haben ja das sehr deutlich gemacht, was kann man vielleicht noch eher wissenschaftlich darstellen und analysieren, aber sicherlich eher in einem Film alles unterbringen, der dann auch ein Publikum findet. Ich habe das Gefühl, wir sind sozusagen am Ende der Veranstaltung. Ich habe eine letzte Frage. Dieser Film, der jetzt in die Kinos kommt, heißt Projekt A, A-Fraglichismus. Der nächste Film, den du machst, der heißt Plan B. Ich habe das so gesehen und dachte, was ist das? Willst du uns ganz kurz vielleicht dazu was erzählen? Eigentlich, das heißt der nächste Film Projekt A und dann haben wir aber den Titel für den Film benutzt. Also heißt der nächste Plan B. Es geht um, das ist eigentlich eine Geschichte, die an sich älter ist. Es ist ein Spielfilmdrehbuch und es geht um eine Gruppe Punks und Anarchisten, die eine Kleinstadt vernehmen wollen. Es schließt sich ein bisschen der Kreis, weil Projekt A war eine 100-Seiten-Broschüre von Horst Stowasser aus Ende der 80er. Und die haben in Neustadt an der Weinstraße eine Übernahme von der Stadt geplant. Mit Anarchisten haben wir Anarchisten in ganz Deutschland und Europa dazu aufrufen, da hinzuziehen, um Kollektive zu gründen. Dann hat sich eine bestimmte Struktur überlegt, wie man sich denn organisieren sollte anarchistisch und wie man dann die Gesellschaft umkräften kann. Und das hat dann auch zum gewissen Ausmaß funktioniert. Da sind 100 Leute hingezogen oder vielleicht waren es sogar 200. Die haben einige Kollektive dort verwirklicht. Aber wie sie an Öffentlichkeit gingen, haben sie auf der Bühne die Spannungen dazu geführt, dass es eine Schlägerei innerhalb der Gruppe auf der Bühne gab bei dieser Veranstaltung. So wurde es nie erzählt. Dann ist die Gruppe zerfallen, was schon gesagt hat, keinen Bock mehr gehabt auf Politik. Habe dann erstmal Pause gemacht. Es gibt aber nach wie vor relativ viele Projekte und so ein paar Kollektive sind da übergeblieben. Wahrscheinlich war in Neustadt. Die waren noch nie dort. Das ist eigentlich der Titel dieser Broschüre-Projekte. Da kommt der Titel. Das ist der andere Film dann. Wenn wir am Ende sind, dann nur noch einen anderen Filmtipp abgeben zu dem Thema. Es läuft jetzt seit vier Tagen, glaube ich, im Kino der How to Change the World. Der über die Anfänge von Greenpeace geht, also mit ganz viel Archivmaterial. Und der wahnsinnig spannend ist, wie die Gruppe, völlig unerfahren, medial agiert hat. Was daraus wurde und warum und wie diese Dinge funktionieren. Auch gruppendynamisch super spannend. Also der läuft jetzt im Kino, der ist sehr zu empfehlen. Und unserer läuft dann im Januar im Kino. Gut, also für eurem Film viel Erfolg. Für den neuen Plan B. Noch mehr Erfolg. Das wird sicher spannend. Danke euch hier auf dem Podium. Vielen Dank für die Anträge und Fragen und Kommentare aus dem Publikum. Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend.